Lalalalalala Hallo, Zauerer, sag mal! Ja, was ist denn los, Kasperl? Kann ich dir helfen? Ja, ich brauch ein Streichholz. Äh, wozu denn? Ja, ich muss den Koran verbrennen. Den Koran? Ja, warum willst du denn den verbrennen? Ja, ähm... Ich hab keine Ahnung, ähm... Ich hab ihn nicht gelesen. Hm. Ja, aber wenn du ihn nicht gelesen hast, warum willst du ihn denn dann verbrennen? Ja, aber, hm, ja, eigentlich hast du recht. Hm, weißt du was? Ich lese ihn jetzt erst mal. Gute Idee, Kasperl. Ja, okay, dann bis nächstes Mal. Salam alaikum, Zauberer. Sag mal, kannst du mir noch mal ein Streichholz leihen? Äh, wozu denn jetzt? Zum Ungläubiges Sprengen. Hahaha. Ja, 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 so ist dann noch mal unser Kasperl. Ständig von einem Extrem ins andere. Tja, aber glücklicherweise Seien die meisten Leute nicht so. Dann, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, was er dann wieder macht, der Kasperl. So. So.